Hallo, ich bin Angrit und ich habe dieses Jahr das erste Mal eine Reise nach Philadelphia unternommen. Und die Stadt hat mich wirklich total positiv überrascht. Da hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan. Besonders überrascht hat mich die tolle Restaurantszene. Es gibt viele Bars und Restaurants, die wirklich tolles Essen anbieten und wo eine ganz tolle Szene sich entwickelt hat. Einen Insider-Tipp habe ich auch noch. In Philadelphia gibt es ganz viele tolle große Graffitis. Und es gibt Touren, die man buchen kann, wo man sich die Graffitis anschauen kann. Teilweise sogar mit der S-Bahn und bekommt da so ein bisschen den Hintergrund dazu zu hören. Achtung. 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 Achtung.